Ja hallöchen meine Lieben, in Pokémon Karmicin und Purpur hat am 21.06. das Gearspenst Raid Event begonnen und geht bis am 2.06. um 0.59 Uhr. Gearspenst wird in der Truhenform in 1-5 Sterne Raids erscheinen und es kann über verschiedene Terrortypen verfügen. Normalerweise ist Gearspenst Shiny locked, doch in den 5 Sterne Raids besteht jetzt eine geringe Chance auf ein Shiny zu treffen. Außerdem gibt es mit dem Code TREASUREHUNT noch ein neues Geheimgeschenk. Über den bekommt ihr 10 Sonderbonbons, 10 Nuggets und einen Freundesball. Dieser Code ist aber nur bis zum 31.06. um 16.59 Uhr gültig. Um am Event teilzunehmen, braucht ihr keine Nintendo Online Mitgliedschaft, nur eine Internetverbindung. Starten könnt ihr das Event übers Menü im Game. Dort geht ihr einfach auf Poképortal, dann ganz runter auf Geheimgeschenk und dann auf Poképortal News empfangen. Danach könnt ihr am Event teilnehmen. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris, Athen. Auf Wiedersehen.